Hier ist der große Parkplatz in Rathen und dann kann man mit der Fähre hier unten übersetzen Richtung Bastail. Musik 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 Oh, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Schaut mal die Kulisse hier heute. Musik Ich bin in Rathen, das ist auch in der Sächsischen Schweiz, ein paar Kilometer von Königstein entfernt und ich will heute zur Bastail laufen. Musik Und zwar, die Bastail ist dort oben, diese Brücke, die wir vom Zug gestern gesehen haben. Musik Seht ihr den Felsen, wie ihr da hervorguckt? Der heißt genau so, wie er auch ist. Das ist der Talwächter. Der wacht über das Tal. Musik Hier geht's auch zum Amselsee. Musik So, schaut mal, da ist er wieder, der Talwächter. Aber hier lang geht's zu den Amselsee und Schwedenlöchern und wir wollen zur Bastail, also müssen wir hier und dann die Treppen hoch. Los geht's. Da steht's auch nochmal dran. Amselsee. Und wir gehen jetzt hier diese Treppen hoch zur Bastail. Da unten, zwischen den Büschen und Bäumen, da ist schon der Amselsee. Das sind vielleicht drei Gehminuten von Rathen entfernt. Und da oben der Talwächter und noch andere Felsen. Da hinten, wenn man dort weiter geht am Amselsee entlang, da kommen dann die Schwedenlöcher. Der Weg zu Bastail hoch ist überhaupt kein Problem, auch für ältere Herrschaften. Wenn die ganz in Ruhe loslegen und immer mal eine Pause machen, dann geht das. Musik Und wenn es mal regnet, kann man sich hier auch unterstellen oder mit Kindern bouldern. Hier diese Felsen sind alles so Kletterfelsen für Bergsteiger. Da sind die Raumsteine. Die Mäume zwischen den Bäumen. Königstein, Kaffenstein, Lilienstein. Musik 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 Die Massen kommen hier alle mit dem Bus hoch und dann wandern sie hier einfach mal so entlang. Schade, alles abgesperrt. Schade, alles abgesperrt. Musik Sieht aus wie eine Spielzeugeisenbahn. Musik 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 Das ist also die Basteibrücke, die man auch von unten sehen kann. Musik 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 Jetzt gehen wir nach unten zum Amselsee. So, jetzt gehe ich erstmal Parkgebühren bezahlen und dann fahre ich nach Rensko, das ist auch ein Ort im Atlantsteingebirge in Tschechien. Ich glaube, das sieht man nicht so gut, aber hier kann man auch gleich Fährkarten kaufen. Heute eine Talwächter-Auto-Time. Also, wenn ihr das Video toll fandet, dann gebt mir einen Daumen hoch und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann könnt ihr genau hier, wo der Talwächter ist, meinen Kanal abonnieren. Bis bald!